Und es geht los mit einer neuen Folge Textlasstich, die wir hier aufnehmen. Und noch eine Runde, die lustigen Buchstaben tanzen und Falk hat eine Idee, denn in der letzten Folge haben wir uns in einem Blumengeschäft versteckt und einen Schlüssel gefunden, mit dem wir nichts anzufangen wissen und ein Feuerzeug. Aber wir haben unsere Gedanken kreisen lassen, haben uns wie bei Dragon Ball in dieselben Charakter reingemorpht oder wie auch immer das heißt, Kamehameha und so. Was, was, was? Jetzt geht's los. Was passiert hier gerade? Ja, ich hab einfach mal was ausprobiert. Also wir haben ja festgestellt letzte Woche, letzte Folge, dass wir einen Schlüssel haben, der weder bei dem einen noch bei dem anderen Tor passt. Und dann haben wir festgestellt, es ist der Schlüssel zu meinem Herzen. Oder, 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 es könnte auch sein, dass er irgendwo anders passt. Also, pass mal auf, ich bin jetzt mal aus dummen Dusel, wir haben ja gespeichert, YOLO. Bin ich mal nach Norden, da sagt er, das geht ja nicht. So, da hab ich einfach mal weh eingetippt für Westen und da bin ich beim Vorplatz. So weit, so unspektakulär. So, da bin ich einfach mal spontan nach Norden gelaufen. Dann bin ich bei den alten Gräbern. Ja. So, und was er hier sagt, sind genau die zwei Sachen, die ich gesucht habe. Ja. Alte Gräber. In diesem Bereich scheinen die meisten Grabstände schon sehr alt zu sein. Einzelt stehen hier sogar ein paar Mausoleen. So, und jetzt hier aufpassen. Der Eingang zu dem Verwaltungsgebäude des Friedhofs befindet sich im Osten. Ja. Das ist das erste Gebäude, was wir suchten, weil eventuell passt der Schlüssel da. Weil das mit V anfängt. Das außerdem. Ja. Und ein Kiesweg führt nach Nordosten, weiter westlich zu dem Großes Kreuz, bla bla. Und das ist Nordosten, ist der andere schräge Weg, den wir noch hatten. Also es gibt ja diese zwei schrägen Wege, der eine Südwesten-Osten, dann der Nordosten. Das sind beide hier, können wir direkt aussuchen. Cool. Okay, also ich würde sagen, wir hauen uns jetzt zum Verwaltungsgebäude. Genau, also bin ich nach Osten gegangen. Die Tür zum Gebäude ist verschlossen, neben der Tür sind ein Schild und ein Aushang angebracht. Öffne Tür mit Schlüssel, wir müssen das jetzt schnell machen. Ja, wir können es ja scheiße machen. Sag. Öffne Tür mit, geht's? Du steckst den alten, stark verrosteten Schlüssel in das Schloss der Tür und drehst ihn um. Passt. Als du den Schlüssel wieder abziehen möchtest, bricht der Kopf ab. Oh Mann, was ein Trottel, ey. Na, zumindest konnte ich die Tür öffnen. Versuchst du dir, deine Ungeschicklichkeit schön zu denken. Okay. Ja, wir können es aber hinter uns auch nicht mehr zuschließen. Ja, okay. Geh durch Tür. Was? Nee, bei mir steht noch ein Text drunter. Wirst du was denn? Du kannst den Schein einer Taschenlampe aus der Richtung des Platzes mit dem großen Holzkreuz sehen. Ein kurzer Moment später blendet dich das Licht auch schon. Oh nein. Ich bin tot. Ich nicht. Sag mal, ist das random, ob man stirbt oder nicht? Das ist doch doof. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Züge mitzählt und vielleicht hast du einen mehr gemacht als ich oder so. Oh, und es ist stockfinster. Wir sehen nichts. Und jetzt zünde Feuerzeug an. Schön, dass bei dir alles funktioniert, Simon. Nee, bei mir flutscht es. Okay, also N, W, N, O. N, W, N, O. Klingt wie der Name einer neuen Boy-Gruppe. Öffne Tür mit Schlüssel. Tot. Bin schon wieder tot. Ja, ich sag mal so, der Sarg ist ja noch offen. So, warte mal. Ich probiere es jetzt noch. Also, ist doch. Also, pass mal auf. Geh nach Westen. Cool. Ne, das stimmt gar nicht. Oder doch? Ja, ich weiß es nicht. Genau, genau, genau. Warte mal. So, genau. Jetzt Osten. Jetzt schließen wir. Oh Gott, jetzt steht der Text schon mal nicht da. Okay, also, was mache ich jetzt? Geh rein, oder was? Nee. Ja, also, ich habe eingegeben, geh durch Tür. Und dann steht da, das ist stockfinster. Aber das ist ja okay, weil danach kann man ja das Feuerzeug anmachen. Genau, okay. Also, Entzünder oder was? Entzünder Feuer. Erleuchte die böse Dunkelheit mit der Lammel des Feuerzeugs. Pst, pst, pst. Die kleine Flamme des Feuerzeugs macht es nicht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Nachdem du dich ein wenig umgesehen hast, kannst du erkennen, dass das Innere des Verwaltungsgebäudes gerade renoviert wird. Der Lichtschalter funktioniert nicht, außer ein Gerüst befindet sich hier nur noch eine alte Holztür. Was ist denn mit diesen alten Holztüren überall? Ja, es ist halt ein alter Friedhof, ne? Es ist halt alles alt. Okay. Selbst die Leute hier sind alt. PfN ab. Okay, und wollen wir das mal Gerüst untersuchen? Vielleicht kann man da irgendwo hochklettern. Untersuche Gerüst. Das Gerüst steht im hinteren Bereich des Raumes. Es ist über und über mit Farbspritzern bedeckt. Auf ihm befindet sich ein Tuch und eine Plastikflasche. Na dann, nimm Tuch, nimm Plastikflasche. Zack, alles genommen. Okay, und jetzt untersuche Holztür. Auf der alten Holztür steht Keller. Sie ist geschlossen. Okay, öffnet Holztür. Du öffnest die Holztür, durch sie geht es hinunter in den Keller des Hauses. Hey, super, das ist ja das, was wir von außen gesehen haben. Oh, darüber kommen wir bestimmt danach aus dem Haus raus, weißt du? Wo wir erst reingekommen sind, aber ja. Nee, aber, also, ja gut, mal gucken. Aber bestimmt kommen jetzt, wenn wir runtergehen, Leute hinter uns und dann müssen wir aus dem Fenster raus oder so. Super. Im Licht des Feuerzeugs, ach nee, und außerdem steht bei mir noch, dass ich von hier aus nicht sehen kann, wo sich der Gärtner gerade befindet. Ja. Keller. Im Licht des Feuerzeugs kannst du erkennen, dass der Keller, abgesehen von einem kleinen Regal, leer ist. Durch die Kellertür, in Klammern, die geöffnet ist, geht es hinauf in das Verwaltungsgebäude. Schließtür. Holztür. Du schließt die Kellertür. Okay, sehr gut. Ja, und jetzt? Ah, wir haben die Haupttür nicht geschlossen, da wird er uns am Ende noch finden, aber gut, mal gucken. Okay, da ist ja ein Regal, untersuche Regal. Ein kleines, leeres Holzregal, okay, können wir das nehmen? Warte mal, Stellregal vor Holztür, genau. Nee, aber es geht nicht, aber ist auch egal, weil, warum? Ja. Aber ist hier nicht, warte mal, war hier nicht noch ein Fenster? Wir haben doch von außen ein... Oder war das das, ja doch schon eigentlich, oder war das das andere Haus? Der Aufbahrungshalle? Nee, macht keinen Sinn. Nö, ich dachte, das war das. Ja, wir können einfach mal einzeln, öffne Fenster. Nö. Ah, also bei mir steht da, das geht nicht, da das Regal noch vor dem Fenster steht. Okay, das Fenster wurde überhaupt nicht erwähnt. Okay, also Schiebregal. Du ziehst das Regal zur Seite. Dahinter befindet sich ein Kellerfenster, zu dem du jetzt Zugang hast. Aha. Öffne Kellerfenster. Da du vorher am kleinen Schotterparkplatz den Ast vom Fenster weggezogen hast, kannst du jetzt das Kellerfenster problemlos öffnen. Du hast gerade einen Punkt bekommen. Ich verstehe aber nicht, warum wir in das Haus gehen, um durch den Keller wieder rauszugehen. Na, weil, ja, na, falls der hinter uns gekommen wäre, der andere vielleicht. Weißt du, wenn der uns gejagt hätte oder so. Hm, hat er aber nicht. Hat er aber nicht, weil wir so gut sind. Aber kann ja nicht jeder so gut sein. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was wir machen. Für die Dovis gibt es halt das Kellerfenster. Naja, wir haben hier immerhin ein Tuch und eine Plastikflasche bekommen. Und die können wir ja auch mal untersuchen. Stimmt. Untersuche Plastikflasche. Eine Plastikflasche einer bekannten Orangenlimonade. Sie ist ungefähr zur Hälfte mit einer orangen Flüssigkeit gefüllt. Darauf befindet sich ein gewöhnlicher Schraubverschluss. Okay. Und das Tuch? Ein schwarzes, schmutziges Tuch. Es ist ungefähr einen Meter... Einen Meter? Mal 50 Zentimeter groß. Mhm. Flecken von Lack, Farbspritzer und ähnliches deuten darauf hin, dass es von den Arbeitern als Putzlappe verwendet wurde. Das brennt bestimmt gut, weil so Lack und so... Kann gut sein, ja. Kann man so Fackel bauen. Ja. Okay. Lass uns nicht lang fackeln, sondern aus dem Fenster klettern. Kletter. Durch geht das gar nicht. Durch Fenster, aus Fenster. Ah ja. Mit einer Gemühe schaffst du es, durch das Fenster hinaus auf den kleinen Parkplatz zu kriechen. Kleiner Parkplatz? Ja, hinter dem... Ich glaube, hinter dem... Hinter dem Haus war ein kleiner Parkplatz, ja. Aus einiger Entfernung, ungefähr dort, wo sich der Platz mit dem großen Holzkreuz befindet, kannst du das lichte Taschenlampe ausmachen. Ja. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Also ich meine... Dichtes Gestrüpp umgibt den kleinen Kiesplatz, der an einen alten Backsteinbau grenzt. Der Parkplatz bietet gerade mal Platz für zwei, drei Autos. Du siehst hier ein Kellerfenster. In südwestlicher Richtung liegen die alten Gräber. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Naja, also ich meine, wir müssen ja da raus. Ja, aber also hätten wir in dem Haus jetzt gerade noch gucken sollen und nicht direkt in den Keller gehen? Aber da war ja nichts. Warte mal, lassen wir mal hochscrollen. Verwaltung, die kleine Flamme. Nachdem du ein wenig gerade renoviert, der Lichtschalter funktioniert nicht aus. Eine alte Holztür. Und die Holztür war ja der Keller, ne? Richtig. Genau, genau. Der Ausgang war in westlicher Richtung, aus dem Haus raus. Ja, okay, es steht also jetzt eigentlich nichts. Wir hätten das Gerüst hochklettern können. Ja, aber mit unserem Gipsbein, ich weiß nicht. Stimmt, 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 stimmt. Also wir können es natürlich versuchen. Ich meine, wir können ja um das Haus drum herum gehen, ja. Wie geht das? Geh um Haus herum oder so? Geh um Haus, geht das? Ne. Südwestlichen sind die alten Gräber. Oh, ich bin tot. Er hat mich gefunden, der Bub. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Also, was ist jetzt der Unterschied, ne? Wir haben jetzt besagtes Tuch und die Plastikflasche. Ja. Mit Limo drin. Was können wir damit machen? Wir können damit niemanden über den Haufen hauen? Wir können dann niemanden verarschen mit? Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Tuch? Ich gehe jetzt erst mal, ähm, ah ja, okay. Also ich habe jetzt nochmal ganz kurz versucht, auf das Gerüst zu klettern. Aber das geht nicht. Nicht mit dem Gipswust kannst du dir kopfschüttelnd eingestehen. Ja, war klar. Ähm, so. Soweit ich mich erinnere, ist bei dem Verwaltungsgebäude nichts mehr gewesen. Ähm, ja, ich meine bei der Aufbauungshalle. Und jetzt hier war ja auch nichts mehr. Ja, ich meine, das Einzige, was mir noch einfallen würde, ist, dass wir, ähm, nichts. Also entweder bedrohen wir die Typen, so von wegen, wir stopfen den, äh, den Lappen in die Limoflasche und tun so, als wäre es ein Molotow-Cocktail, ja, weißt du, und gehen dann hin und sagen, hier Leute, ne, passt mal auf, sonst gibt's Stress. Oder wir müssen irgendwie uns da ranschleichen und denen die Schlüssel klauen, weil darum geht's ja am Ende, nehme ich an. Ich wollte grad sagen, also es geht im Prinzip darum, dass wir irgendwas mit den Typen machen. Weil offensichtlich kommen wir nicht anders raus. Ja, das... Also wo könnten wir jetzt noch einen Schlüssel finden, außer bei den Zweien? Ja, vielleicht im Grab der Tante Erna, aber... Genau. Ist eine gewagte These. Der Grab zum ganzen Friedhof befindet sich zufällig bei unserer Oma Erna. Der Schlüssel, genau. Ja, also okay, dann müssen wir jetzt, ähm, müssen wir uns wahrscheinlich jetzt irgendwie vorbeischleichen. Ja, nee, wir müssen die kaltstellen. Ich meine, die haben den Schlüssel, oder? Ja, vielleicht, ja. Also die sind ja auch offensichtlich mit dem Bagger da reingekommen. Okay, also ich wollte sagen... Oder eigentlich steht so ein Bagger wahrscheinlich immer irgendwo auf dem Friedhofsgelände, oder? Ich meine, die baggern ja öfter mal Löcher. Weiß ich nicht. Naja, irgendwo müssen die Tuten hier reinliegen. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich bin ja... Ich spazier ganz gern mal über Friedhöfe, so, ne? Also am Tag, nicht in der Nacht. Weil das da so schön ruhig ist und angenehm. Und in Berlin, ähm, wo wir da noch gewohnt haben, da war einer in der Nähe. Und da hab ich nie einen Bagger gesehen. Jetzt wurde es da... Weil die wahrscheinlich auch irgendwo in der Garage stehen, auf dem Geländer. Kann sein, ja. Was aber sehr niedlich war, da waren Häschen ganz viele. Ach süß. Da sind ganz viele Häschen rumgehoppelt. Ich weiß auch nicht, woher die da kamen, aber auf jeden Fall waren es sehr niedlich. Hier in Frankfurt sind überall solche Hasen. Weißen die Hasen, Kanickel, also dieses rumgehoppelt Zeugs. Dann gibt es so einen Grüngürtel hier, der ist so ein ehemaliger, glaube ich, so Verteidigungsstreifen, so aus der Renaissance oder so. Der zieht sich so durch halb, dreiviertel Frankfurt. Und der ist voll mit diesen Viechern, mit diesen Kanickeln oder Hasen. Ja, im Sommer oder im, also genau, also nachts im Sommer bewegt sich alles. Okay. Also alle Schatten bewegen sich, weil da hoppeln überall diese Viecher rum. Ist doch niedlich. Finde ich gut. Ja, du verhungerst nicht im Notfall zumindest für ein Potenzial. Ja, ne? Stimmt. Das ist doch was. Obwohl, du weißt nicht, was du dir mit diesen Viechern da einholst. Ja, gut. Aber noch haben die Läden ja offen. Ich würde sagen, also ich bin jetzt mal aus der Haupttür gegangen, weil ich war ja eh nochmal gerade oben, hab bei dem Gerüst geguckt und bin jetzt auch aus der Haupttür des Verwaltungsgebäudes gegangen und bin jetzt bei den alten Gräbern. Und da war ja der Kiesweg nach Nordosten. Und ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mal, weil... Aber dann sind wir beim kleinen Parkplatz. Was? Ja, weil ich stehe noch auf dem kleinen Parkplatz, als wir aus dem Keller rausgeklettert sind und von dort geht ein südwestlicher, ein Weg in südwestliche Richtung zu den alten Gräbern. Ach ja. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, weil wenn wir zu diesem Holzplatzkreuz-Dingsbums gehen, dann, äh, sagt er, da wären wir sofort gesehen. Kannst du nochmal in die Höfe reingucken? Ja. Mach doch mal, während ich nochmal speichere. Ich speichere auch nochmal kurz. Ja. Ne, sicher ist sicher. Also, Hinweise. So. Okay. Wie kann ich dem Gärtner entkommen, ist der erste Hinweis. Okay, ich mach jetzt mal, ja. So, okay. Was kann man tun, wenn man verfolgt wird? Man könnte weglaufen. Oder man könnte sich, na, okay, das ist natürlich sehr schön hier. So. Äh, du kannst dich hinter verschiedenen Objekten verstecken. Ja, okay. Versuche Gegenstände zu finden, die dir dabei helfen, um dem Gärtner zu entkommen. Ich sag mal so, äh, eine Limo-Flasche wird uns da nicht viel helfen. Ein Schneehase ist im Schnee schwer zu erkennen. Was? Ja, stimmt. Ist das jetzt noch ein Tipp oder ist das einfach nur eine Biologie-Stunde? Also, wir haben ja einen dunklen Mantel an. Eben, wir sind ja schon, ach, warte mal, ist das vielleicht ein Hinweis da, dass wir uns den Lappen durchs Gesicht wischen sollen? Das ist jetzt aber, äh, wenn das funktioniert, ne? So wie so ein Gorilla, kennen wir, und das ist der Grund, warum er uns gesehen hat? Dann schreibe ich eine E-Mail. Okay, ich mach mal, äh, wisch Gesicht oder was mit Lappen. Mhm. Geht nicht. Oder, äh, benutze Lappen mit Gesicht? Nee, macht er okay. Nee, Tuch, Tuch. Ah, Tuch. Wisch, Gesicht mit Tuch. Nee, kann auch nicht sehen. Ähm, drück Tuch in Gesicht. Reibe Gesicht mit Tuch. Machen, wisch Gesicht mit Tuch. Das geht nicht. Es gibt kein Gesicht. Wir sind ein Gesichtsloser, schau dich an. Oh, ich weiß es. Pass auf, ich hab mich grad angeschaut, ja, schau dich an. Und dann steht da, der Name ist bla bla bla. Ja, und dann steht da, der noch immer erstaunlich weiße Gips scheint in der Dunkelheit fast zu leuchten. Okay, Wickeltuch um Gips vielleicht? Ja. Du bist einfach, manchmal bist du einfach Simon. Ja, ich kann Tipps lesen. Du bindest das schwarze Tuch um den Gips. Mit deinem schwarzen Mantel und deiner schwarzen Anzughose solltest du dich jetzt gut getarnt durch die Nacht bewegen können. Du hast gerade zwei Punkte bekommen. So, Simon, das ist ein Safe-Wert. Das ist einfach mal ein Safe-Wert. Ich hab auch direkt gesagt, zack, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. So, sehr gut. Okay, und jetzt, wo sind wir denn gerade eigentlich? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Nee, wir müssen ja eigentlich, wieso? Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt, also ich war ja auf dem, nee, wo war ich denn? Fragt man sich, ne? Ah ja, ich war auf dem kleinen Parkplatz. Und dann bin ich nach Süden nach Osten gegangen. Das geht ja gar nicht. Also vom kleinen Parkplatz geht's nur nach Südwesten? Aber es steht jetzt hier, dass das aus den alten Gräbern, also da, wo die alten Gräber sind. Ich bin jetzt bei den alten Gräbern. Okay, bei mir steht, dass dort das Licht herkommt. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. So, dann plötzlich siehst du den Lichtschein der Taschenlampe ganz in deiner Nähe. Da du jedoch komplett in schwarz gekleidet bist und auch der weiße Gips mit dem schwarzen Tuch umwickelt ist, bemerkt er dich nicht. Aha. So, das heißt, ich gehe jetzt auch mal um den Backsteinbau herum. Zack. Genau, alte Gräber. Und jetzt, wo gehen wir hin? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Na, wir gehen jetzt nach Süden. Nee, nee, nach Westen. Da ist der Vorplatz. Weil dort das große Holzkreuz ist. Und was wollen wir mit dem Holzkreuz? Na, das war der Platz, wo uns vorher gesagt wurde, dass wir da ja entdeckt werden. So, also. Vom Rand aus spähst du über den großen Platz, auf dem das alte Holzkreuz steht. Ja. Da komme ich, Alter, du hast tatsächlich recht, es geht weiter. Nee, eben nicht. Achso, da komme ich nicht rüber, ohne entdeckt. Achso, das ist sein. Achso, ich dachte, wir hören jetzt das Gespräch von den Zweien. Nee, nee. Sagt dir eine innere Stimme. Durch das dunkle Tuch, welches du um deinen Gips gewickelt hast und deinen schwarzen Anzug, bla bla, relativ sicher in der Dunkelheit, ohne entdeckt zu werden. Allerdings hast du höllische Schmerzen im Bein und bist deshalb viel zu langsam, um schnell genug den Platz zu queren. Okay, mal sehen. Wäre jetzt natürlich schon cool, wenn wir so eine geile Karte hätten, ganz am Anfang des Spiels hergestellt. Aber haben wir ja nicht, ne? Naja, aber wir haben ja unser Erinnerungsvermögen. Hier geht ein Kiesweg nach Nordosten. Ja, das ist doch der Weg zum Parkplatz. Also zu dem kleinen Parkplatz, glaube ich. Okay. Westlich ist das große Kreuz, Süden zum Vorplatz wieder, weiß nicht, genau, lass uns doch zum Vorplatz gehen. Ja. Und dann nach Westen. Ja, okay. Also, Süden. Genau, hier ist die Blumenhandlung, Gärtnerei ist immer noch offen, da steht irgendwas Neues da. Und jetzt? Naja, eigentlich nicht. Jetzt nach Westen. Ja. Gräberfeld. Plötzlich siehst du, dadurch jedoch. Okay, jetzt sind wir bei Gräberfeld. Zwischen den vielen Bäumen, ungewöhnliche Grabsteine, Mülleimer. Im Norden ist das große Kreuz, wo wir jetzt gerade nicht lang konnten. Südöstlich von hier ist die Eisentür zum Parkplatz. Direkt vor der Tür parkt, genau, der dunkle Kombi. Hinter den großen Bäumen wäre ein guter Platz, sich zu verstecken. Wollen wir mal versuchen, von hier aus zu dem Kreuz zu kommen? Obwohl, das dann wahrscheinlich auch sagen würde, da komme ich nicht lang. Nee, okay. Versuchen, ne? Nee, nee, kommt der gleiche Text. Ja. Dass er nicht schnell genug ist. Ja, du, ich ganz, also ich weiß es nicht. Okay, dann, wir können doch mal an der Tür rütteln oder so. Welcher? Naja, also, da ist ja, wir sind ja beim Gräberfeld so. Die Eisentür oder was? Ah. Oder können wir da nicht irgendwie drüber klettern? Nee, bei einem Gips. Ich gucke nochmal nach Südosten. Ja, okay, also, warte mal. Schließ, Nebeneingang mit Schlüssel auf. Sowas kannst du ja nicht sehen. Wirst ja ja doof ausgedrückt, oder? Aber den Schlüssel, haben wir denn überhaupt noch? Öffne. Achso, der ist ja abgebrochen. Stimmt, stimmt. Wir hätten noch einen Spieß. Öffne Tür mit Spieß. Oh, ich bin gestorben, was? Was? Äh, ich bin dem Gärtner direkt in die Arme gelaufen. Okay, das geht also doch noch, wenn man sich zu blöd einstellt. Also, ich hab's mal mit dem Spieß gemacht. Mhm. Du fummelst mit dem Spieß in dem Schloss des Seiteneingangs herum. Du hast keine Ahnung, wie du das tust, was du da tust. In Filmen sieht das immer so einfach aus. Stellst du nach kurzer Zeit resigniert fest und steckst ihn wieder in den Gips. Okay, also gehe ich auch davon aus, dass es nicht am anderen Haupteingang funktioniert. Vermutlich, ja. Aber mit dem Spieß könnte man ja schon jemanden umbringen. So. Ja. Also, wenn einem der Sinn danach stünde. So, jetzt mal rein hypothetisch. Ja. Okay. Simme uns dessen also ein. Ja. Wir irren hier auf so einem blöden Friedhof rum, ey. Und wir kommen denen aber nicht näher, weil wir nicht an diesem großen Kreuz vorbeilaufen können. Weil wir zu langsam sind. Richtig. Was haben wir denn im Inventar? So, und wenn ich jetzt mal eine Karte mahle, wir haben ja... Was macht diese scheiß Plastikflasche? Ja, wir können mal trinken. Mit Schraubverschluss steht auch drauf. Was kann man mit einer Flasche mit Plastik... Öffene Flasche. Kann man mit dem Spieß oder dem Feuerzeug irgendwas mit dieser scheiß Flasche machen? Wir können die schmelzen. Okay, weiß ich nicht. Macht keinen Sinn. Nee. Schraubverschluss. Können wir irgendwas mit dem Spieß... Ja, wir haben ja auch noch nicht mal ein Problem, was wir überhaupt lösen wollen. Spezifisch. Ja, wir wissen ja nicht mal, was wir machen sollen. Ja, ja. Also, abholen... Okay, pass auf. Guck ich nochmal einfach in die... Ach, ich bin schon wieder gestorben. Echt? Ja, der Typ, der ist irgendwie hier direkt um die Ecke und... Keine Ahnung. Klatscht denn nochmal einer? Ja. Genau. Also, ich muss echt zugeben, während du jetzt mal so nebenbei soest in der Hilfe, ich hätte das nicht erwartet, dass das Spiel so... Ja, ich auch nicht. Ich dachte, das ist ein ganz kurzes Schnippel dabei. Ich will jetzt sagen komplex, aber so lang gehört, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist nicht im negativen Sinne. So, Schnee heißt es, im Schnee ist schwer zu erkennen. So, geh in die Blumenhandlung und schau dich genau um. Das haben wir ja gemacht. Hoffentlich. Also, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Genau, das haben wir ja schon gemacht. Ähm... Okay. Schau unter dem Münzeinsatz an der Kasse. Ey, wir haben die Kasse tatsächlich nicht untersucht, ne? Stimmt. Oh, wir Doofis. Das ist aber auch, weißt du... Ja. Text Adventure, Leute. Ja. Man hätte es aber jetzt eigentlich auch sagen können, so nach 250 Folgen fast. Ja. Mist, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? Ja, ich gar nicht, weil der Typ mich immer umhaut. Ah, ich bin schon da. Cool. Oder? Ne, warte mal. Doch. Genau, nur nach Osten. Genau. Warte mal. Untersuche Kasse. Mhm. Eine alte Registriekasse. Sie ist geschlossen. Okay. Öffne Kasse. Du öffnest die Kasse und es befindet sich ein Plastikeinsatz und Münzen darin. Okay. Also, nehmen Münzen oder so? Du schaust auf die Münzen. Die gehören mir nicht und ich kann sie auch nicht brauchen, sagst du trotzig zu dir selbst. Da erinnerst du dich an die Telefonzelle am Parkplatz. Der Telefon, äh, der Polizeinotruf lässt sich auch ohne Münzen wählen, fällt dir dann ein. Du lässt die Münzen im Einsatz. Da fällt dir auf, dass der Münzeinsatz nicht richtig am Boden der Kassenlade aufliegt. Okay, untersuche Münz. Ne, nimm oder so. Nimm. Einsatz. Münz. Was ist denn der Münzeinsatz? Na, das ist das. Einer dieser Plastikeinsätze, in die man geordnet nach ihren Werten Münzen, ah, okay, und Banknoten legen kann. Ah, also, okay, im Sinne von, da liegt noch was drunter, verstehe alles klar. Ja, ja. Bis auf ein paar Münzen ist er leer. Da fällt dir auf, dass der Einsatz nicht ganz richtig, okay, okay. Ähm, nimm oder so, ne, nimm, äh, Münzeinsatz. Du hebst den Plastikeinsatz aus der Geldlade der Kasse. Darunter befindet sich ein Medikamentenschachtel. Okay. Nimm. Schachtel. Ja. Öffne. Schachtel. Laut Packungsbeilage handelt es sich um ein starkes Schmerzmittel in der, ah, okay. Dann können wir über das, über das, über das, über den Platz rennen. Ja, 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 ja. In der Packung befinden sich noch zwei Tabletten, oh nein, nicht schon wieder sowas. Pass auf, wir müssen irgendwas genau schaffen mit den zwei, ne. Ach so, meinst du, ja. Du nimmst sie, und deshalb auch das Getränk, damit können wir die Tabletten trinken. Okay. Du nimmst sie aus der Schachtel und steckst sie ein. Die Schachtel wirfst du weg. Okay. Okay, pass auf, hier, ich habe jetzt eingegeben, nimm Tabletten. Nee, nicht so früh. Ja, doch, ich habe es jetzt, ich bin jetzt überwältigt vom, äh, ja. Du schraubst die Plastikfläche auf und nimmst eine der Tabletten in den Mund. Du spülst sie mit dem Rest der Limonade hinunter. Schon nach kurzer Zeit beginnst du zu wirken. Wäre die Situation, in der du steckst, nicht so vorstellig, würdest du sagen, dass du dich richtig euphorisch fühlst. Du spürst fast keinen Schmerz mehr im Bein und kannst dich jetzt viel schneller bewegen. So, und jetzt zack, zack, raus hier. Okay, warte, nimm Tabletten. Zwei Punkte hast du unterdrückt, dass wir die begonnen haben. Ja, haben wir auch. Okay, nach Westen, nochmal nach Westen und jetzt nach Norden. So. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der Wind lässt wieder so schnell nach, wie er begonnen hat. Du überlegst, ob die Windstil den Vorteil oder Nachteil für den Jäger ist. Und wie sieht es für das gejagte Tier aus, fragst du dich weiter, als plötzlich die angespannten Fäden deiner Gedanken durch einen Pfiff zerrissen werden. Du bleibst wie eingefroren stehen. Ja, ich höre jetzt gerade pfeifen. Hey, hörst du plötzlich den Gärtner in die Nacht hinausrufen. Er muss irgendwo in der Nähe des Platzes mit dem Holzkreuz sein. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken. Ah, klappt bisher ganz gut eigentlich. Nettes Auto hast du. Hab schon mal Probe gesessen. Man erfährt ja vieles über einen Kerl, wenn man sein Auto klaut. CDs, Zigarettenmarke, Fotos, so eine komische Computernachricht, eine Rechnung mit Wohnadresse. Vom Ton seiner Stimme her zu urteilen, nimmst du an, dass er gerade ein breites Grinsen im Gesicht hat. Ich sag dir was, fährt er vergnügt fort. Ich werde mir mit dir Zeit lassen. Und bevor ich mit dir fertig bin, erzähle ich dir, was ich mit deiner Schlampe und den Belgern mache. Marlene, wer heißt denn da Marlene? Marlene und mal schauen, ich komme nicht drauf. Ah ja, Gilly. Richtig. Das ist doch kein Name für ein Kind, bemerkt er. Da hat er aber recht. Mit gespielter Empörung. Wofür steht denn das? Dann längere Stille. Es wirkt fast so, als würde er auf eine Antwort warten. Eines verspreche ich dir, fährt er in ernstem Ton fort. Du verreckst heute und deine Familie morgen. Keine vier Stunden von hier. Dann bin ich bei ihnen. Ja, aber das sind jetzt ja auch alles nicht so Worte. Ach, ist ja auch scheißegal, zischt er hervor und geht dann in Richtung der Aufbahrungshalle. Du wartest, bis du den Lichtkegel der Taschenlampe nicht mehr sehen kannst. Dein Herz schlägt bis zum Hals, diesmal aber nicht aus Furcht. In dir steigt eine Wut hoch, deren Intensität dir vollkommen fremd ist. Bilder steigen in dir hoch. Grausame Bilder. Ein Teil von dir erschrickt davor. Ein anderer Teil wünscht sich nichts mehr, als sie Realität werden zu lassen. Moment, es geht noch weiter. Ich bring dich um. Presst sich die rohe Wut zwischen deinen Zähnen hervor. Du musst dich zusammenreißen, es nicht laut herauszuschreien. Ich werde mich wehren. Ich werde dem Schein, Schwein, irgendwo auflauern und ihn daran hindern, meine Familie etwas anzutun. Dazu brauche ich Waffen. Ach so. Am besten wäre eine Waffe, mit der ich aus kurzer Entfernung angreifen kann und eine zweite, mit der ich ihm ganz aus der Nähe den Rest geben könnte. Also, ich sage jetzt mal so, am besten wäre eine Waffe, mit der man ihn aus Entfernung den Rest geben könnte, würde ich mal sagen, oder? Ja, aber guck mal, was er hier schreibt. Mit der ich aus kurzer Entfernung, also am besten wäre eine Waffe, mit der ich aus kurzer Entfernung angreifen kann und eine zweite, mit der ich aus der Nähe den Rest geben kann. Ist das nicht beides das Gleiche? Kurze Entfernung und Nähe? Ja, ja, ja. Warum nur zwei Waffen? Warum nicht eine? Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Killer, bin da kein Profi. Ja, und der aber auch nicht. Noch während du diese Gedanken formulierst, wird dir die Absurdität der Situation, in der du dich gerade befindest, bewusst. Und trotzdem hast du in deinem Leben noch nie etwas so ernst gemeint. Viertes Kapitel. Aha. Du kommst aus deinem Versteck hervor. Ja, machen wir ein Save, wa? Ja. Ja, gut. Familie und Kinder als Grund dafür zu nehmen, die Geschichte weiterführen zu lassen, ist ja ein altbekanntes Stilmittel der Geschichtenerzählung. Passiert so ziemlich immer. Jetzt holt Simon aber aus da. Ja. Ja, was machen wir? Also, ähm. Weiß ich nicht. Also, wir können erstmal nach Norden rennen, oder? Ich finde, die erste Frage ist, wie gut verstehen wir uns eigentlich noch mit unserer Familie? Ich meine, vielleicht tut er uns ja einen Gefallen, also vielleicht, ähm, weißt du, was ich meine? Stimmt. Da könnte man ja einfach sagen, hey, Herr Blumengärtner. Mach doch. Ich wollte hier in den Urlaub fahren. Oder wir überlegen uns jetzt, was wir machen sollen mit ihm. Wir machen eine Schlachtplatte mit dem. Pass mal auf. Ich habe mich umgeschaut. Wir sind auf dem Vorplatz immer noch. Also, Vorplatz quasi, äh, am, äh, am, am Blumenladen. Wir gehen jetzt nach Westen. Mhm. Jetzt sind wir hier am Gräberfeld. Ja. Und jetzt gehen wir nach Norden, wir sind schnell genug. Zack. So, kichst du mal an. Mitten auf dem großen Platz befindet sich ein circa vier Meter hohes Holzkreuz. Führen Wege in alle Himmelsrichtungen. Trampelfahrt nach Südwesten. Zwanzig Meter weiter westlich befindet sich hier. Hier, wie wärst du mit dem Kanister? Metallgestell. Plötzlich siehst du den Strahl der Taschenlampe ganz in der Nähe. Du bist dem Gärtner geradewegs in die Arme gelaufen. Tot. Scheiße. Echt? Nee, das habe ich nicht. Aber ich nehme jetzt so einen Kanister. Hey, das ist doch random. Das ist doch kacke. Nee. Das ist doch kacke. Ach so, ja. Äh, ah, nee. Mit viel Mühe könntest du einen der Kanister hochheben. Mehr aber auch nicht. Okay, gut. Okay, ich bin jetzt am Holzkreuz. Ja, ich auch. Es geht in alle vier... Wollen wir mal nach Norden weiter rennen? Okay. Was waren wir da noch gar nicht, glaube ich, oder? Äh, großes nördliches Gräberfeld. Von hier erstreckt sich ein einziges großes Gräberfeld. Zwischen den Grabreihen stehen vereinzelt Bäume und Holzbänke. Im Süden befindet sich der große Platz mit dem Holzkreuz. Das Grab von Tante Erna liegt in westlicher Richtung. Wollen wir da nochmal gucken? Naja, ich meine, wir sind immer so aufgestorben. Ein weiteres Mal stört auch nicht, wa? Also jetzt sind wir am Grab von Tante Erna. Immer wieder schlagen sich die Zähne des Baggers in das Grab deiner Tante. Klingt ein bisschen brutal. Hinter dem Steuer des Baggers sitzt der große Mann, dem du am Tor begegnet bist. Richtung Osten geht es zurück auf den Hauptweg. Du siehst hier einen beschädigten Sarg, der leer ist. Ja gut, das sind wir. Ja, warte mal, pass mal auf. Geh zu, Bagger. So. Ja. Das kannst du ja nicht sehen. Hä? Wie nicht? Ja, wir müssen den Mann da irgendwie raus. Ja, den schlitzen wir hier mit dem, warte mal, töte Mann mit, wie heißt das Ding? Spieß. Ich? Schlitz. Du tötest den Mann, der hinter dem Bagger, nein, der Bagger ist nicht offen. Ja, Alter, öffne Bagger. Du öffnest den Bagger. Was? Du öffnest den Bagger. Töte Mann mit Bagger. Mit Bagger, ja. Töte Mann mit Bagger. Äh, nee, Töte Mann mit Bagger. Töte Mann mit Spieß, habe ich eingegeben. Den Gärtner mit dem Spieß, steht da in Klammern. Das ist viel zu gefährlich. Plötzlich siehst du den Strahl der Taschenlampe, zack, tot, Alter. Ja. Ich lade schon. Also, ich habe den Bagger mal untersucht. Und da steht da, ein gelber Bagger, keins dieser Riesendinger, aber doch groß und stark genug zum Ausheben und Zuschütten von Gräbern. Der Motor läuft. Mhm. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier jetzt was machen können. Der Motor läuft. Untersuch im Motor. Der Zündschlüssel steckt im Zündschloss und der Motor, das in das Grab fahrenden Baggers läuft. Ja. Ja, aber da ist halt auch ein Typ drin, ne? Ja, davon hat er jetzt nichts gesagt. Haben wir irgendwas, mit dem wir den, ne? Das war's. Heide Bim Bam. Ohne die Auflösung wären wir aber echt im Arsch, oder? Ah. Ja, ich, ja. Ja, es ist halt so irgendwie typisches Text, nicht Textventure, Adventure-Rätseldesign, dann zu sagen, okay, pass auf, wir legen die Schmerztabletten unter die Dings. Äh, unter die Kasseneinlage, ich weiß nicht, ob, ob, also weißt du, normale Menschen würden einfach diese Tabletten irgendwie da hinlegen wahrscheinlich, oder, ja, vielleicht eine Schublade, aber unter diese Kasseneinlage weiß ich nicht, das riecht so nach Computerspiel-Design. Aber ich, also wir haben ja auch zwei davon, das heißt, eventuell müssen wir das auch wieder irgendwie, müssen wir das mehrfach nehmen, also zweimal offensichtlich, und dann irgendwie... Na, nee, äh, nee, weil er hat ja gesagt, er hat die Limo ausgetrunken, ne? Also wenn wir mal die Flasche untersuchen, dann steht auch da, dass die leer ist. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir die Schmerztabletten... Nee, nee, das macht ja auch keinen Sinn. Ist ja keine Schlaftablette. Nee, bei mir steht nicht, dass die Plastikflasche leer ist. Was? Also steht einfach da eine Plastikflasche mit Schraubverschluss? Im Inventar jetzt. Ja, ja, aber ich bin ja Profi, mir sind, hab die mal untersucht. Achso. Ja. Ich tippe immer falsche ein, statt Flasche. Okay, sie ist leer. Ja. Ähm. Ja. Also, ich würde mal sagen... Können wir den Bagger irgendwie manipulieren? Ja, hab ich auch überlegt, aber warum? Ja, also... Können wir die aufhören zu baggern? Ey, wir können eine von den Schmerztabletten da reinwerfen. In den Tank. Welchen Tank? Ach nee, das macht man mit Zucker. Was? Was? Zucker in den Tank von einem Auto. Und dann? Ist es süß oder was? Nee, das... Also, ich kann mich nicht mehr erinnern, was dann passiert, aber das ist nicht gut für einen Tank. Dann das Auto kannst du wegwerfen, das funktioniert nicht mehr. Also, den Tank musst du dann sauber machen oder keine Ahnung was. Aha. Okay. Also, wenn du jemandem wirklich wehtun willst, dann gibst du ihm einfach ein halbes Kilo Zucker in den Tank. Ach so, ich dachte jetzt einen Zuckerwürfel. Wieso, wenn du so einen Mentor hast in so eine Cola würfst und dann explodiert alles? Nee, nee, nee. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon mit einem Zuckerwürfel funktioniert, aber ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch. Vielleicht ist die Menge tatsächlich... Das machen wir immer in einem Actionfilm, ne? Dann explodiert das komplette Auto. Zucker? Einfach so einen Zuckerwürfel in den Tank und dann boom. Boom. Simon, ich weiß nicht mehr, was wir machen. Ja, ich auch nicht. Es ist nervig, ey. Ja, also, lass uns einfach jetzt erstmal Schluss machen. Und dann gucken wir bis zum nächsten Mal einfach in die Komplettlösung. Nee, wir machen einfach das... Wir machen etwas, was wir noch nie gemacht haben bisher. Ja. Äh, was ist das? Wir denken uns aus, wie die Story weitergeht und tun so, als würden wir spielen. Ja, das ist aber echt eine lustige Idee. Das können wir echt noch machen. Und dann hört nämlich der Autor irgendwann zu und denkt so, hä, was? Das habe ich doch überhaupt nicht geschrieben. Was, was? Das wäre wirklich, wirklich lustig. Das sollten wir am 1. April machen oder so, wenn wir mal eine Folge veröffentlichen. Wobei wir es jetzt nicht mehr machen können, ne? Ja, das haben wir doch wieder vergessen, oder? Spaß, Spaß, habe ich gar nicht gesagt. Okay. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Also hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt, Tante Erna will weiter schlafen. Ist immer noch tot, genau. Tschüss. Bis die Tage.